Alter, ich habe schon wieder fast 100 Millionen auf dem Konto. Das ist, ich weiß gar nicht, ich verkaufe es schon jetzt hier nicht mehr so teuer. Also ich meine, ich war zwar schon immer einer der preiswertesten Anbieter, aber ich habe auch, wenn ich wusste, das Teil ist relativ gut gefragt, dann habe ich es auch schon mal teuer verkauft. Also richtig teuer dann. Ja, es dauert dann halt bis länger. Kriegst du auch los. Guck mal, wie schön geil das ist abends, ha? Joa. Es ist, habe ich auch, so etwas bietet ja kein anderes Spiel, so ein Feeling. Das stimmt. Und es ist ja nicht immer gleich dunkel. Nö. In Hansjodan war alles gleich. Da hat es zwar auch, ja, irgendwann mal, glaube ich, so drei verschiedene Tageszeiten, und die Regen hat es da sowieso nie. Ja, aber hier ist nur der Lichteffekt. Ja. Da haben wir eine Latane, dort mal ein Mondschein. Na? Du hast hier mal Vollmond, mal stockdunkle Nacht. Das ist Wahnsinn. Echt, wie echt halt. So. Mannstoppwirkung hat die Wurzel. Boah, was denn hier wird doch, Alter, die Wurzel. Warum geht es denn hier nicht weiter? War gar nichts. Da lag eine scheiß Wurzel an der Ast, so blöd, mal das Bein zu heben und drüber zu laufen. Das war ja nun kein umgefallener Baum. Nö. Das war ein Zweig, ein Ast. Ja. Das heißt gerade so. Ein Zweig. Nichts, nur was. Noch nicht. Ich glaube, das schreit nach Vier, äh, nach Ressour. Ich gucke erst mal zur Tanke runter. Ja. Oder an Vier, da ist meistens dann irgendwas. Wie lange da rinnt man hier? Weißer? Ja. Ja. M-m-m. Da unten steht schon mal eine, könnte ein Spear rein, könnte ein Yusek sein. Ja, da rennen sie raus. Was, die rennen raus? Ja. Unten ist ein Scherzperrhof am Bergrand. Ne, der ist tot. Richtung Tank ist nicht unterwegs. Okay. Da haben wir nichts ausgetauschen. Mhm. Gut, da rennt noch einer. Hinterm LKW noch. Hochweg. Alter, das läuft ja wie ein Länderspiel. Da hat er einen nicht angelassen, der George. Ja. Überhaupt einen umgelegt. So, ich denke schon. Nö. Ich muss fünf Meter im Caesar schießen. Ich gehe nicht mehr mit rein hier rum, da knallt mir alles ab. So, naja, willst du looten? Oder? Wir können ja mal gucken gehen. Naja, guck. Ich bleib hier. Gäste nicht da. Gäste nicht da. Man weiß es nicht. Nö, die werden alle drei rausgerannt, denke ich. Äh, alle rausgerannt. Ja. Oh, der wird einspannt. Mhm. Ja, tata. Ich hätte mal lieber meine SVD'n gewünscht. Mit der komme ich irgendwie besser klar. So Single-Feuer-mäßig. Mhm. Boah, meine Fresse. Hier kommt doch was. Oder? Schleichst du hier rausgepisch? Wenn ihr doch mal's kaufst, ja. Fallig! Genau. Ja, weil der sich einsteigt, da ist ja weiter. Die kannst du nicht kurz mal losen oder irgendwas. Ja? So, aber... Wie liegen sie da? Ja. Drei Scavs brauch ich noch. Na, so. Hier liegen sie da. ein sniper oben wenn du bist du losgestorben wie so ein voll idiot es ist doch eine daily ich habe doch noch es ist morgen Zeit ich gucke mal zum E-Werk fühle mich etwas unnütz dort rum zu stehen eine blutere Ruhe auch nachts sind keine sniper oben würde ich sagen ich weiß nicht ob ich da hingehen will und schon gar nicht nachts ich krieg meine drei noch zusammen er hat sich gedreht alter was wird das schießen hier muss doch erstmal klippen ich komme nochmal wieder hoch hier ich habe noch eine hoch hier ich habe noch eine hoch hier ich habe noch einen schocken kann ich euch Und dann gekoopelt doch nochmal. Ach, Alter. So, erstmal knippen hier. Oder senken. Ist doch gerade was gelaufen. Ist doch ein Skiff auf dem Dach. Ah, ich denke schon. Da hat man eine Nachtschicht eingelegt. Ich dachte mal, abends sind die nicht da? Doch. Die sind im Dunkeln auch. Ach, Alter. Ja, komm her. Ja, komm her, ich mach mir weg. Da, da, da. Da, da. Da, da. Was auch nicht. Das ist nicht mehr, oder? Ach, Alter, da. Ja, da. Ja, da. Da, da. Da, da. Ich glaube, den habe ich im Unterkiefer geballert. Elimination? Was? Ach Quatsch, das ist ja hier. Ja, da, zache. Den habe ich über den Jordan geschickt. Kann ich jetzt nur holen, den anderen Skeft. Wo ist der Idiot hin? Der schießt mir natürlich die Blutung, Alter. Und den Arm ab. Ey, scheiße, ich habe gar keinen CMS mitgenommen. Ui, 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 ich bin klein eingeladen. Ich habe gar nichts mitgenommen, Alter. Okay. Ja, ich könnte mal ins Leim, wenn ich es rein schaffe. Ich glaube, da ist ja, ne. Ich habe keinen mehr gesehen. Nachts haben sie auch schön aufgeräumt. Die Wackzeugkisten alle weg. Mhm. Schön aufgeräumt. Ja, ja. Ja, da ist ja das mal kurz, ja. Okay, danke. Ich habe vier Lehrerfächer da jetzt drin. Ich meine, ist ja Quarantäne. Ist gut. Firma tankt. Und da hat er das blöde Chain nicht hingeschmissen. Oh, keine Tage mehr da hinten. Ja. Alles aufgeräumt. Alles, ja. Schön, nach Feierabend. Mhm. Werkstatt aufgeräumt, so wie es sich gehört. Auslöpfe. Die Arschle. Warum kriegst du? Erst meckert man die Lehrlinge aus, wenn sie es nicht machen. Und dann machen sie es, was auch ich meckere. Was hat der hier? Der Armleuchter. Wasalina. Dann nehme ich das auch mal mit. Ich guck. Wasalina, das haben wir gerne genommen. Mhm. Die schmeißen natürlich hinterher, Alter, die Wasalina. Zeit ist ja nicht scheu, ja. Ja, 11.000, wenn du Glück hast. Also kannst du verkaufen. Ich verkaufe sie dann als Knatz schon am Therapist alles. Mhm. Ich mache auch, wenn es schnell gehen soll, verkaufe ich alles an die Händler, weil... Mhm. Das Stash ist voll. Ich kann nicht warten, bis die das mal irgendwie gekauft haben. Und Geldnöte habe ich ja nur nicht. Nö. Muss einfach mal weg. Ja. Ich weiß nicht, welche Räume das waren. Ich glaube, ich habe die Schlüssel dabei. Bänder oder was? Ja, du Arsch doch. Ich kriege den mal als Hut. Oh, die Granate! Was? Das war echt die Granate. Achso, ja, ich brauchte ja nur noch zwei. Den einen habe ich ja nicht bieten können. Und das siehst du? Ach, hier platzieren, siehst du? Der Weg hier. Achso. Ja. Hält mich gerade ein. Wo geht denn das hier? Ähm. War jetzt gerade hier mit dem Heli auch noch. Ja, warte. Oh, hier. Oh, ich habe einen Marker gefunden. Geil. 20 Sekunden vor allen Dingen. Alter, blende mich nicht. Das blendet schon übel. Ey, da weißt du nicht, wo du hinschießen sollst. Ne. Das ist abartig. Aber die KI weiß es. Achso, ja, das haben wir. Naja, dann auf den Heli. Wir haben schon welche abhalten wollen. Und die haben drinnen geschossen. Oh, ja, hier rechts. Ich schicke den mal akut. Achso, mal hier. Oh, da hinten ist auch noch einer. Einer ist zusammengebrochen, erwärmungslos. Die sind in die Bude reingerannt, glaube ich. Ja, müssen sie jetzt hier sind. Ja, müssen sie. Ich brauche ja noch ein paar Tötungen. Registrierter. Hier läuft fast. Ja, reichelt. Die gehören dir. Lass mich umlegen. War das einer? Nee, aber es war wieder. Es war wieder kein PMC, Alter. Ich bin doch reingegangen. Wie ist es denn? Ja, einer steht draußen. Okay. Okay. Das ist ein Kranchen, Prämmer. Platz 4. Das geht wieder bis hin. Ich weiß es nicht. Bei einem geht es nur außen, bei einem geht es nur in. Ja, das ist jetzt auch bloß wieder ein Streckskampf. Nee, beim PMC. So mache ich es halt eh da. Und die erste Kampen macht. Kommen wir gleich. Und... Platz. Geil. Komm mal rein. Okay. Einen von fünf habe ich. Okay. Gucken wir den mal ran. Im Einsatz meines erbärmlichen Lebens. Ach, da hinten, okay. Eine RPK hat er. Und eine Saiga. Ja, der hat ja noch so eine 6B23, die du mal gerne anziehst. Und die kleine wegschmeißen, ja. Die sind noch voll. Die 246 und 256. Oh, die ist besser wie meine. Und dann hier die Racer, falls du möchtest. Ich schmeiß meine Kopfhörer mal weg und nehme dann die. Und wenn die zurückkommen, verkaufe ich die dann. Weißt du, die kommen ja eh zurück. Ja. Und so viele Kopfhörer braucht kein Mensch. Nee. Okay. Die Gehör alles, geil. Der Sack hat eine nagelneue RPK gelootet. Woher rüber? Die finden das. Komischerweise. Da lassen die sich nicht lumpen. Ach, schon wieder weiße Linie hier. Das Zeug, Alter. Das kannst du auf den Mond schmacken. Das braucht kein Mensch mehr irgendwie. Ich nutze die auch nicht. Ich habe hier immer meine Ipuprofen. Davon finde ich auch genug. Wir müssen in deinen Schweine rauben. Ach so, ja. Hütten war dafür, oder? Ja. Das ist ein Schwing. Alter, wie schnell der jetzt hier aufbrennt. Was sind denn da jetzt? Gästen. Was hat denn da eigentlich? Ach nee, das ist wirklich rein der 91 hier. Alt. Hier. Ne, hier, wo die Kerzen davor stehen. Ach hier vorne. Ach, in der Leiter, okay. Ich loote mal das fette Schwein. Ja, mach ich mal. Nein. 58 Schuss M86 A1. Okay. Da sage ich nicht ein Nein. Mhm. Da kann ich bald wieder gute Munition schießen. Ja. Nicht schlecht. Was hat es noch dazu drin, ja? Eintreten? Den können wir nicht. Nein, hier hinten ist doch auch so ein Ding, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ja, in irgendeinem war eins, ja. Äh, 220. Eintreten, nee. 200. Bei irgendeinem kann ich da auch immer Balkon rein. Nee, eine Tür war, glaube ich, komplett offen. 390, nee, auch Pritsch. Nee. Eintreten, reinreten. Nee, hä, war nicht mal hier. Hier, da kann es nicht. War hier nicht mal irgendeine Tür offen? Nee, das war nicht drin. Nee, jetzt fällt jetzt an zum Weg, okay? Hm. Da war es hier für einen Mann. Ja. Ja, da war es hier für einen Mann. Ja, da war es hier für einen Mann. Ja, da war es hier für einen Mann. Entsperren. Den kann ich entsperren, ja. Toll. Das will gar nicht. Boah. Mann. Weil ich wieder... Ach, nicht Singlefeuer drin hatte. Ich hasse diese Scheiß Waffen. Das war so eine schöne Chance. Ich habe es verkeilt. Ist du nicht? Nö. Ich lasse mich aber gleich fortschießen, weil ich zu dämlich bin. Nein. Die hätte ich haben können. Alle zwei standen da. Schön. Ah nee, dann schieße ich da. Ist gut. Mhm. Jetzt sind sie natürlich getriggert. Ich brauche doch keiner. Ach. 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 Ich brauche doch alles. Keiner, ja, den Stein. Einen habe ich. Ja. Hab ich den anderen auch noch erwischt? Glaube ich nicht. Was? Waren das keine PMCs? Hör doch auf! Okay. Hä? Ey, die sahen voll aus wie PMCs, Alter. Jetzt liegt er da und sieht aus, jetzt hat er seine Schlapperhose an. Aber als sie da standen, dachte ich, oh, PMCs, geil. Wir haben ja auch gleich richtig Pfeffer gegeben. Der eine Arme ist schon wieder weg. Komm, lass ich jetzt ab. Nee, brauchst nicht. Ich schloss den ab. Kriegst du da in ein Zimmer und fuchtest du mit der Lampe? Ich komme gleich raus, ja, ja. Aha. Ja, okay. Hier bin ich. Das war nicht mal PMCs, aber... Und ich gebe da öfter. Ja. Neuer Teils. Braucht es rein. ballert jetzt was rum ist das an der Busellestelle oder wo ist das draußen irgendwo einst du ich bin die Haupttreppe runter ganz runter ich bin am Eingang hier zum Pfingst sehr war nichts sieht man nichts ich renne wieder außen lang oder oben drüber eine oben drüber kostet was ich wolle ganz da hinten die haben ja auch einer verpasst andere haben es auch noch nicht bringen wir alle um weil die auch keine Lichter der Waffe haben das siehst du auch nicht ich bring euch um oh da hinten Alter ich habe Sani dort zusammen also der hustet der leidet jetzt hat es dann getraut ich sehe dich da unten an deiner Lampe erkannt er kam noch mal zu ich komme zu dir au 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 ich robbe in Klaasgang mal lang also ganz kacke links sind es jetzt alter die Arschlöcher ich bin doch ist das alles Klaas für dich bist du tot ne ich kriege ich im Klaasgang ich bin gleich bei dir na ich brauche die nicht ich habe meine schon noch sind alles deine ich werde sie mir holen ich muss bloß mal hier ja gucken wo ich hier aufstehen kann wenn hier rein ins Klo kommt stirbt er den Heldenturz seines Lebens 206 206 206 ist kacke wo kann ich denn hier mal ich könnte hier hochgehen ich habe mich hier so vergrößen natürlich wunderbar guter mann ich kriege keine sicht auf dir die neuen kinder er muss gerade runter kommen Das ist ja nicht so. Ach, heile Nioh. Ah, wirklich gewöhnt. Warni, du nasse Qualle, hat er gesagt. Der ist da hinten. Stabst du da oben auf Holz rum? Ja, ja. Okay. Bist du am zweiten noch, ja? Ja, ja. Das klingt, als wären die hier neben mir. Ich komme noch mal zu dir hoch. Wo sind denn die, Alter? Wo bist denn du? Im zweiten. Ja, danke dafür. Ja, hier, siehst du es hier. Ja. Wie soll ich das sagen? Ich habe so gelungen. Im West Wing zum Beispiel, aber... Ach so, ja. Das ja. Wenn ich hier rauf auf den Balkon gehe, höre ich die, als würden die hier drinnen laufen. Aber hier ist sogar keiner. Ich höre es wieder draußen. Ah, die sind unten. Das sind runterrammeln. Ich kann jetzt tun, weil hier die Arzt besser. Wie viel Skepsis brauchst du noch? Ach, ja. Da wollt ihr looten. Ach so? Ja. Ein kleiner Feinspitz. Wie brauchst du noch? Mal gucken. Da läuft doch was. Garten. Eier. Eier. Wie hat man hier die Dingerat? Wo hat er eigentlich seine Garts gelassen, da Tröcke? Die liegen irgendwo rum. Die sind glaube ich drüben im Hausmeisterraum. Ich mal rüberspringen. Auf ein kleines Fecht machen. Oh, das ist ja gut. Hier unten ist einer, oder? Das dürfte er noch nicht tot sein. Oh doch, Astor. Oh ja, doch. Nicht so. Jetzt gibt es da noch mehr. Ach, hier liegt's dann jetzt auch, ja. Der Idiot. Da war aber einiges vertragen, der Idiot. Mhm, klar wird. Den habe ich schon schneller erschossen. Ja, hier hinten am Eingang latscht da noch einer. Oh, Alter. Das war ein PMC, Alter. Ich habe zwei Arme verloren. Ich habe mich verarschen, Alter. Der war am Heli. Ich muss ja flicken wegen dem Idiot. Ach so, ich muss mich auch noch flicken. Ich wäre gerade wegen meiner Arme zu kommen. Mhm. Ich habe doch jetzt CMS gekriegt. Dagen, Lufverluste erlitten. Dagen, Lufverluste erlitten. Ach so. Hast du mir schwein? Ach so. Ach so, du hast noch... Ja, ja, irgendwie früher... Äh, wie hieß es denn? A-Fuck oder irgend sowas? Furcht. Furcht noch. Wenn du, ey, eins denke ich. Ja, ja. Kannst du kriegen. Meinst du, es bleibt aufgebracht? Ja. Übel, ey. Warte. Warte, das blieben sie. Neun Minuten noch. Ja, schaffen wir locker. Ich will bloß mal gucken, ob... Oh, ich habe keine Karts gesehen da drüben. Hm. Ob die abgehauen sind, wenn der tot ist? Möglich. Wurdert mal weg. Oh, er rennt nicht. Oh, hier ist gerade ein Schiff vorbei gelogen. Warte. Warte, warte, warte. Bei mir auch. Fisch ab. Den muss ich schon haben. Aber knall mich nicht ab, ich stehe daneben. Und da kann man... Okay, du hast... Da kannst du gleich herkommen. Ich muss... So, wo bist du jetzt? Na, hier, wo der Schaffhaus ist. Hier, leuchtig raus. Ah, hier. Alter. Da. Ach, da, ja. Da ist ein Klo. Ein Dixi-Klo. Da kann... So ein kleines Scheiss-Auswernsetür zu machen. Ach, hier geht's schon, denk ich. Ist doch da. Na, ich geh jetzt rüber zum... Zum... Ich wollte eigentlich Sanitars... Cards... Besuchen. Oh. Ah, ich schwör doch schon. Hier kommt schon keiner. Oh. Ah, ich schwör doch schon. Hier kommt schon keiner. Da sind keine Guards mehr da, oder? Ich glaube ich nicht. Vorhin habe ich noch irgendwelche roten Punkte gesehen. Wie Laser. Oder sowas. Die sind weg. Na ja, dann machen wir uns aus dem Staub, ha? Ja mit, ja. Denk ich auch. Oh. PMC ist auch hier nicht weg. Nö. Das machen wir wieder eine schöne Quest. Okay. Alter. Alter. Der eine wächst ja noch. Mann. Boah. Boah. Hinterhalt. Ist schon wieder der Arm weg. Hinterhalt sind wir. Ja. Und wir müssen aber los, ha? Schaffen wir das so, ja? Müssen wir. Die spinnen. Die sind nicht sauber. Ey, vor allen Dingen, ich habe mit PP-Munition geschossen. Also PP. Kein Stück gut. Da lag keiner von mir. Ich habe drauf gehalten, Alter. Das ist... Ne, komm, hör doch. Au. Wenn ich den letzten dann nicht erschossen hätte, hätte ich gar keinen von den... Wie viele waren das? 2 oder 3? Ich habe es gar nicht... Ich glaube 3, oder wie? Ich habe es gar nicht so schnell gesehen. Ich habe bloß eine Traube gesehen, die ich reingehalten habe. Ja, das war eine richtige Traube, die da blöd rum stand. Wie als hätten sie gerade Raucherpause gemacht oder sowas. Mhm. Mhm. Boah, nötiger. Boah. Böse. Hier von einem ZLKW vor. War vorhin einer. Den habe ich fehlmütig, aber vor da oben weg gemacht. Ach so. War es ein PMC? Ne. Ich hab. Ach so. Der letzte mit dem Kopf war das Döbe. Dann sind die Kinder oben hier cerberan. Die haben's ja hier oben getroffen. Ne, da war er noch. Hä? Na klar, die ist da noch. Wie er der Haxen hochgeschmissen hat, aber hast du's gesehen? Hahaha. Der Haxen. Geil. Wir verhackten. Hahaha. Haar weg. Knallen um! Ich muss nachladen, warte. Warte, was ich gete. Okay. Wird doch die Mission erfüllt, hä? Ach, das war was, hä? Hä? Keine Ahnung, was mach' mal. Ist doch geil. Ist doch unser Knotschen. Oh nein. Alter, was ist das? Ja, kriegt er. So lange haben wir so viele Munition mehr. Was hab' ich jetzt für Munition drinnen. PP. Also auch nicht so schlecht. PP ist eigentlich gut. Und, und. Er macht. Er sagt Aua, Alter. Das ist. Und rennt weg. Die schießen dich mit Hotsdreck in Klump, dass du nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Ja. Ich hab' hier am 855 bin. Oder FMJ. Mhm. gefunden. Den letzten 15 Kuss. Muss reichen. Die sollte man nicht mehr brauchen jetzt. Mhm. Die DT, die sind guten Sachen. Die drückt, ist hervorragend. Was, die DT? DTMDA. Achso. Ja. Den mag ich auch. Irgendwie, ich bin da sehr zufrieden mit dir jetzt. Hm. Ne, durchstand jetzt waren die. 18.000 XP hab' ich, Alter. Was ist da los? Krass. Scaf, Sniper, Bär. Oh ja, stimmt. Ein Bär, ein Boss, ein Scaf, Scaf, Scaf. 1, 2, 3, U6. Boah. Und eine Päft. Oh. Die Kuss.